Jetzt wollen sie den Rave King. Wir haben irgendwie komische Sachen gemacht mit random und nicht picken und so. Und jetzt wollen wir den... Okay. Will der überhaupt auf die Lane? Mal gucken, wird interessant. Ja, Razor ist ziemlich gut, Solo. Auch gegen einen Omni. Was haben wir da denn? Ja, es ist gar nicht schlecht. Razor gegen Omni ist nicht verkehrt. Anwaltlos ist enttäuscht, dass der Razor jetzt auf die Safe Lane geht, dass sie noch einigermaßen fünftige Lanes haben, jetzt hier trotz des Rave King Jungle. Kann nicht jedes Spiel so wie letztes Mal sein. Was war dann irgendwie bei... Wann hatte die Roaming Corp im letzten Spiel? Level 2? Irgendwie 7, 7, 8. Mira freut sich über Storm Spirit. Kannst du mir einen zweiten Tango, bitte? Ja, ich brauche einen von mir. Wahrscheinlich. Danke sehr. Nur mal, weil der Dandelu gerade nochmal gefragt hat und Mira hat die gerade unbannt. Passt schon mit dem Unban auch. Aber das ist halt nichts Neues. Wer ganz neu ist, sollte sich vielleicht mal zurückhalten. Und wer länger da ist, weiß das schon. Offensichtliches Getrolle einfach. Nur um das Trollenswillen wird bei mir gebannt. Mal getimautet, mal gebanntet. Das hängt von den Umständen ab. Aber offensichtliches Getrolle. Und wer das lustig findet, kann das gerne mal anders machen. Das ist einfach sowas, was ich halt nicht lustig finde. Und ich glaube, das ist nichts Neues. Von daher, daran sollte man sich gewöhnt haben. Deswegen nochmal die Info. Einfach so. Lass das einfach. Rumtrollen. Das ist halt nicht überall gern gesehen. Danilo fragt, ob ich nicht weiß, ob ich Follows sehe. Nee, Follows habe ich nichts eingestellt. Ich habe vor zwei Jahren gefollowed. Ja, gerade dann, wenn du seit zwei Jahren schon followst, dann solltest du wissen, dass einfach offensichtliches Getrolle Konsequenzen nach sich zieht. Weil du gerade schreibst, du hast doch nur mit All Caps und das bla bla bla. Egal, wir lassen das Thema mal. Einfach die Aussage, und damit könnt ihr sicherlich umgehen. Offensichtliches Getrolle um das Trollenwillen wird halt gebannt. So. Ah, ich dachte, dass er es überlebt, macht ihn einen Hit. So. Ich so, hä? So. Glorious! Na komm, her mit den Muniten. Toll. Da haben wir es ganz kurz vorher noch First Blood bekommen. Ich bin first in everything. Looking good. Let's have the spotlight. Over here! Schade, unten die schon weggenommen. Okay. Hör sich ganz schön vertan. Okay. I need some help mit? Ah, never mind. Three mit. Omni and Pudge. In this. What the hell? What the hell? Bottom is missing. Yeah, indeed. Tch. Push, push. Push, Axe. Axe, you know what you can do? Take Crips from behind the tower. Go take Crips behind the tower. I will heal you. I will heal you. Erstmal schön. Don't worry, I will heal you. I will heal you. Da haben sie es aber eben verkackt. Da hätten sie mich locker killen können, hätten sie es besser gespielt. Mit Invis Hune auf Pudge und der Omni kommt vorbei. Ich weiß nicht, ob unten die Hune noch da ist, weil der Omni im Kreis. Ja, I went to the bot run, I can't help you there. And we have Jungle Wraith King. Besides you, no one is free to do anything. Sorry. You just have to get through this laning phase. It's working kind of. I don't know. I think we will manage all right. Mid-game we are okay if we manage to survive the laning phase. Weaver is missing. Ja, da farmt er auch die Sidecams, die ich bräuchte. Das ist schon wieder einer wie im letzten Spiel. Irgendwie legen sie sich mal drauf an, mir das Leben schwer zu machen. Halt. Ich würde ganz gerne mit der Regional Rune jetzt eigentlich das Sidecam mit farmen. Ich weiß gerade nicht, wo der Pudge ist. Okay, jetzt push die Wave bisschen. Das ist nicht gut. Stay here. Stay here. Der Pudge ist hier irgendwo rum. Okay. o There he is. And just wait a second. Just wait a second. Nice, got a kill. Was keine close. Was really far. Weil ich halt meine Vision ausgenutzt. Den Corner zum Glück gerade noch anbekommen. Das war ein Knäppchen. So. Ich werde das schrauben, bis es fünf Uhr ist. So. Oh mein Gott. Wie können wir das überleben? Backraiser. So. Kaya als nächstes. Das ist ein Right Kick Damage. Kommt, Racer. Racer. Okay, da geht nichts. Sollte aber als Storm nicht am Anfang zu viel versuchen. Wenn das nämlich schief geht, verliere ich viel zu viel Farm. Ja, Vision her, baby. Das ist ein ordentlicher Snowball Hero. Wo das nach hinten losgehen kann. Jetzt im Nachhinein hätte es sich dann doch gelohnt. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre ich aber nie mitgestorben. Fass. Ja, schade. Den Call getroffen hätte ich was machen können. Hat er den Call nicht getroffen. Dann stand ich natürlich ein bisschen blöd danach. Ja, der Racer. Der Racer läuft ganz gut. Ah, ist ein bisschen vom Timing auch blöd. Ziemlich mit dem... Ich muss mal selber echt mal ein Vokal spielen. Damit ich auch weiß, dass ich die Range vom... Ähm... Ja, wo? Vom Range vom Coldzern, aber ich weiß ja nicht so viel, wie die ist. Das ist mal, wenn man Held nicht selber spielt. Weiß man sowas nicht. Läger ist untertächt. Läger ist untertächt. Mid-tower hat dauer gets据igt. Radiant Strakte ist fortifii. das kann ja mal fertig machen vor allem D-Wave ist jetzt mal ganz gut kontrollieren wenn halt der Bull dabei ist okay mit oh nice dann begin potion mal rauskloppen push bottom kill fight go 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 mega kill kann ich den Schrein benutzen ich will dich ich will dich Unstoppable Donnie Dein Toptar ist unter attack Kierkuria, raise the Ryu nice one guys unser Currier hängt da oben rum Invoker ist missing die Camps immer gefahren das ist bisschen scheiße mit High Ground Vision hier Weiß nicht da ist die Camps dann schon wieder gefarmt ich weiß leider nicht wo die innen sind und welche Rune da ist deswegen kann ich da auch grad nicht hingehen Sie haben einen Observer Ward mit auf der High Ground Sie haben einen Observer Ward mit auf der High Ground oh mein oh mein Gott ja ja der Camping mit a lot x got back let's do something der hat fliegen Hello 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 vorgex mal zogen die base come on guys x can you go I'm coming top well done guys so viele runen habe ich leider nicht bekommen bisher noch von den bounty runen im Ding ja, ein bisschen zu früh glaube ich ja, mich zu früh angegriffen flicksauern, ich gehe dich flicksauern, ich gehe dich gut, ich gehe dich guys, don't dive like this sehr schön, oh nisch hmm, ist ein bisschen gefährlich, was die hier machen wir können oh nein, ich habe gerade noch gedacht, habe ich hier überhaupt ausgerüstet? natürlich nicht ich idiote ja, ich gehe nicht ausgerüstet ich gehe einfach mit 05 zusammen, bitte ich gehe zurück in die base in die region, dann kann ich hier mit unser jungle rave king wird sobald nicht dazukommen glaube ich ich gehe nicht ausgerüstet, ich gehe durchsucht, ich gehe durchsucht, ich gehe nach vorne ich gehe nach vorne ich gehe nach vorne Ja, 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 du mich auch. Somebody want to join me bottom for nature's profit? Slash him back. Ha ha! Streich mich! Da sagst du, warum ich heute gekotzt habe. Das klang ein bisschen falsch, auch mit der Spülung überhaupt nicht. Das war nur Wasser. Ich glaube, da hast du irgendwas falsch gemacht. Oder ich bin schwanger. Das ist die einzige andere Möglichkeit, die Ludo Endcard aufbringen. Vielleicht habe ich doch gekotzt und bin halt nur schwanger. Autsch. Okay. Das tat weh. Schwanger. Na gut, ich gebe es zu. Neu Detektiones. Mann, bin ich lang tot. Don't want to be lang tot. Jetzt bin ich gerade nach oben tippeet. Gerade im Augenblick. Kopa. Komm zu Ort, sagst du. Wie ärgerlich. Komm. Kann ich ihn für ihn. Wraithking? Wraithking? Wraithking. Wraithking? 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 Wraithking let's go. Wraithking? So nichts sagen, nichts machen, Bett, na egal, egal. Guys, seriously. Don't be so person. Der ist auch so geil, da bewegt er sich in die Richtung. Jetzt geht der. Wir sind nur zum nächsten Camp gegangen. Guys, können wir die Aspire pushen? Komm schon. Ich kann dich joinen. Ich möchte meine... Push Aspire. Kann wir ihn für ihn? Los geht's. Wir haben eine Vision auf dem. Lass uns etwas machen. Okay, wir müssen die Top-Tier. Wraith King ist da, anyways. I'm out of mana. I'm out of mana. Du weißt. Wir müssen uns die Top-Tier. Du weißt und wirst sie mit backen. Wir brauchen wir relativ. Und wir werden die Top-Tier. Wir brauchen uns einen Tipp Gens RX. WI-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Es gibt sie mit hinten, aber wir müssen die Top-Tier! Ich werde mich nicht die Top-Tier. Sondern sie verhalte mich. Das ist die Top-Tier. Woa, was I missed? I don't have my armor. Good job. Okay, Vision hier. Just got hit by NP-Ult. Yeah, I just want to chase them bottom, real fast. Pudge, kill Pudge, come on. We have Vision here. I'll see you soon. I'll see you soon. Ulti benutzt. Eh, the Schreie benutzt. So, jetzt profitiere ich dann auch mal von den Kills mehr. So, als nächstes ein Youth-Zepter in dem Spiel, defensiv gegen Asylums und gegen einige Kombos von Invoker zum Beispiel, zum Beispiel 20 Minuten noch tot. Guys, can someone help me with supporting? Well, the only one would be probably Wraith King. Doesn't seem like he wanna help. So, jetzt aufpassen, mit Silence hier wieder. Woher muss ich da oben weg? Nicht, dass ich irgendein blöden Kombi mit Silence erwischt werde. Kein Bock drauf. Vielen Dank. Wir haben gute Vision. Wir haben viele Wards auf dem Map. Wir sehen viel, was wir machen. Ja, wir müssen mehr bemerken, sie haben Vision da. Sie haben Vision da, sie sehen uns immer wieder. All die Zeit. So, don't go like this. Ja, well, das ist passiert. Aber du folgst 10 Sekunden nachdem du warst. 20 Sekunden warst du nicht wirklich auf Axe. Aber, was einfach. Just focus jetzt. Wir können jetzt fighten. Ich liebe es, wie der Red King moves. Er geht direkt in die Mana. Oh, shit. Komm, ich habe Smoked. Komm, ich kann dich aufhören. Ich kann dich aufhören. Ich bin mobile. Wenn du da gehst, kann ich dich aufhören. Ich bin stärker! Welf-King spielt Solo? Ja, Welf-King spielt Solo. Ja, es wird verändert. Fokus. Don't complain about him. Just the same. I'm quite mobile, I'm watching the map. If I'm nearby, I'll join you guys. Shut the fuck up, bros. Hello, 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 shut the fuck up in the middle. We're fucking in the south, bros. So, der hat einen super Bequel. Den nüten wir jetzt mal kurz. Anyone understand what he's saying? No, whatever. Just play. Let me pick up the Aegis, please. Let's not rage this game, okay? Was? Was? Zweimal? Ach Kinder, jetzt reißt doch doch mal zusammen. Why deny? Why this? Why that? Jungs, spiel doch einfach mal vernünftig. Hör doch mal auf mit der Scheiße. Das wäre sehr, sehr angenehm. Meine Herren. Putt'n Pop! Ha 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 ha! Stupendous! Zup! Dazzle! Field of Power! Einfach aufmerksam bleiben im Spiel. Gucken, dass man irgendwas zusammen macht. Ansonsten die Zeit nutzen und den Farm hochhalten. Kriegen wir schon noch irgendwie alles hin hier. Tch! 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 Okay, let's fight this now. Tch! 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 Nicht ganz schnell genug gewesen. 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 Unglücklich. Sonst wäre er auf jeden Fall tot gewesen. Just give me a second. I just need this rune and I finish my Orchid. I'm low on mana. I just used all my mana to jump to Pudge. Just wait a second, the courier brings my Orchid. Let me go. Kill out Dazzle, you're alone. Dazzle. Control. Everything under control. Good to know. Good to know. I got to go. I got to go. Yeah. I got to go. Ich will die beiden. Ich will die Fuse, meine Yudes. Weil ich jetzt nur die Yudes erst machen kann. Ich habe schon das so geplant, dass wir die Yudes erst... Die dann doch... Hier die Yudes und Dings nutzen sollen und Push... Äh, Yudes und Vortex und dann das Orchid. Das hätte ich besser machen können. Aber das Yudes sollte ich halt noch defensiv behalten. Deswegen, ich schaffe es auch so. Oh, genau. Ja, so kann das Spiel halt auch gehen, wenn man halt ein halbwegs vernünftiges Team hat. Der Derzel kriegt auf jeden Fall einen Kommentar, der dann versucht, das Match ordentlich zu retten mit den wirklich komischen Picks am Anfang, mit dem Wraith King Jungle und so, obwohl er darauf bestanden hat. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Razer kann gut Solo-Lane auch gegen den Omni. Das hat hervorragend geklappt und der ist halt Ex-Off-Lane auch funktioniert und ich hätte damit halt nicht so wie in der letzten Runde, dass dann irgendwie ständig hiermit abhängt. Sie haben einen Kill richtig verkackt, als sie mit Invis Putsch in der Mitte standen. Da hätten sie mich eigentlich haben müssen und ansonsten wohl. Das Einzige, was mich noch gestört hat, ist, dass meine bei Sidecams oft gefarmt waren, weil man als Storm ganz gerne da zur Seite geht und die Camps mitfarmt und dann davon profitiert. Das hat in der Runde nicht geklappt oder selten geklappt. Da war halt entweder der Axe oder der Wraith King da unterwegs. Naja, immerhin. Wir haben so strange Spiele heute. Das war halt ein halbwegs vernünftiges Spiel. War jetzt nicht super einseitig. Nach einer Weile sind wir ziemlich gesnowballt, aber es war jetzt nicht so super einseitig, dass man mir denkt, es ist ein blöd Spiel. Razer Shit After 25 Minutes. Nee, nicht so wirklich, finde ich. Razer Shit ist nach 25 Minuten. Aber er ist auf jeden Fall, sein Peak ist früher als bei anderen, das stimmt schon. Naja, das war's mit der Runde. Puh.